Heute schauen wir uns gemeinsam an, wie man mit Rasterdaten auf kleinstem Raum Analysen durchführen kann. Das zeige ich Ihnen beispielhaft an einer Haltestellenplanung im Personennahverkehr. Mein Name ist Masser Körmann und ich bin Consultant bei der WGOGIS. Sie sehen hier wieder einmal das kostenfreie GIS-Tool QGIS. Wir wollen nun unser Einwohnerpotenzial der neuen Haltestelle Webling identifizieren und mit den zwei bestehenden Haltestellen Freisinger Straße und Augsburger Straße vergleichen. Dazu habe ich als Vorbereitung bereits Rasterzellen, die mit Einwohnerinformationen angereichert sind, in unser Projekt geladen. Diese sehen Sie hier im Hintergrund. Sie sehen hier ein 100 x 100 Meter quadratisches Raster und in jeder Rasterzelle, die Sie sehen, wohnen Personen und sind Einwohnerzahlen hinterlegt. Weiße Rasterflächen bedeuten eben wenig Personen und beziehungsweise wenig Einwohner in diesem Gebiet und rote beziehungsweise dunkelrote Rasterzellen bedeuten viele Einwohner in dem Gebiet. Als erstes lege ich ein Einzugsgebiet um unsere Haltestellen an, um die einzelnen Haltestellen miteinander zu vergleichen zu können, wie viele Einwohner denn in direkter Nähe zu der Haltestelle liegen. Dazu wähle ich hier Fußgänger Einzugsgebiet um die einzelne Haltestelle, wähle hier Shortest eben den kürzesten Weg und gebe die Entfernung an. In unserem Beispiel 300 Meter zu Fuß zur Haltestelle. Klicke auf OK und im Hintergrund werden direkt unsere Einzugsgebiete berechnet. Diese sehen Sie jetzt nun hier. Im nächsten Schritt wollen wir natürlich vergleichen, welche Haltestelle das höchste Einwohnerpotenzial bietet. Dazu vererben wir die Rasterzellen, die im Hintergrund liegen, auf die einzelnen Einzugsgebiete. Das funktioniert über Potenziale summieren. Hier wähle ich zum einen den Ziel-Layer aus. Das sind unsere Einzugsgebiete und zum anderen den Potential-Layer. Das ist in dem Fall unsere Rasterdaten, die im Hintergrund liegen. Nun wähle ich hier noch aus, welche Informationen denn vererbt werden sollen. Dazu wähle ich aus den Rasterzellen eben die Personen aus. Das ist die Personenanzahl pro Rasterzelle. Genauso gibt es hier beispielsweise Haushalte pro Rasterzelle oder die Gebäude. Zusätzlich haben wir da auch noch weitere Daten, wo dann beispielsweise die Kaufkraft hinterlegt werden kann oder andere soziodemografische Variablen. Für unser Beispiel reichen uns aber die Personen pro Rasterzelle. Wähle diese aus und klicke auf OK. Im nächsten Schritt starte ich das Ganze und schon sind die einzelnen Personen auf die umliegenden Einzugsgebiete vererbt. Das Ganze kann ich mir jetzt mal in der Attributtabelle anschauen und sehe direkt. Wir haben hier ein Einzugsgebiet Augsburger Straße mit knapp 1200 Personen. Wir haben ein Einzugsgebiet Waibling, die neue Haltestelle mit 62 Personen und die Freisinger Straße mit 541 Personen. Das zeigt ganz eindeutig, das Potenzial von unseren bestehenden Haltestellen ist deutlich höher als von unserer neuen Haltestelle. Aber gegeben der geografischen Lage müssen auch diese Einwohner, die hier um Waibling herum wohnen, eben mit einem ÖPNV-Verkehr versorgt werden. Daher auch der Ausbau des Streckennetzes. Mehr Informationen und auch Links zu Rasterdaten finden Sie übrigens im Text unter diesem Video. Mehr Tutorials rund um das Thema GIS und Marktdaten gibt es natürlich auch auf unserem YouTube-Channel. Ich freue mich, wenn Sie unseren Channel abonnieren und ihn teilen. In diesem Sinne Servus und bis zum nächsten Mal.